Hallo Leute, heute möchte ich euch mal meine derzeitigen BTC-Einnahmen zeigen. Also wie viel Geld habe ich denn jetzt schon mit Bitcoin verdient? Ja, ich dachte mir, heute packst du mal alles aus, haust mal alles auf den Tisch und zeigst meinen treuen Abonnenten mal, was ich denn schon so mit Bitcoin verdient habe. Was ist möglich, was könnt ihr vielleicht auch verdienen? Welche Trends habt ihr verpasst? Welche solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen? Ja, mal so einen ganz kurzen Einblick. Natürlich kann ich auch nicht alle Trends voraussagen, dafür müsst ihr einfach mal meinen Kanal abonnieren. Wenn ich sie sehe, weise ich euch natürlich darauf hin. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie viel ich denn mit Bitcoin verdient habe. Folgt mir am besten an den PC. Um euch zu zeigen, wie viel ich schon mit Bitcoins verdient habe, brauchen wir erstmal einen Blogreader. Dafür können wir blogger.io oder blockchain.info benutzen. Natürlich auch jeden anderen, der die Bitcoin-Blockchain ausliest. Wir haben hier meine Bitcoin-Adresse, die ich hauptsächlich für Einzahlung auf bitcoin.de verwende. Da gehen wir mal auf Suchen. Und was sehen wir hier? Ich habe schon über 5 Bitcoins erhalten. Das kann jetzt auch jeder nachprüfen. Also 5 Bitcoins sind schon auf dieser Adresse eingegangen. Wie viel Geld das entspricht, das könnt ihr euch ja selbst ausrechnen. Gehen wir mal von 1000 Euro aus. Dann sind das 5500 Euro. So viel habe ich also schon auf meine Adresse bei bitcoin.de bekommen. Die ganze Geschichte wird aber noch ein wenig komplizierter. Erstmal steht da diese Zahl im Raum. Die ist von Beginn meiner Bitcoin-Historie, also hier vom 17.11., da habe ich mit Bitcoins angefangen, bis, ja, sagen wir, heute. Hier steht 20.03.17. Warum ist hier generell nichts drauf? Ja, bitcoin.de zieht das alles natürlich auf Offline-Wallets, beziehungsweise Cold-Wallets, heißen sie im Fachjargon. Das heißt, hier werdet ihr nichts sehen. Ich habe ja in meinem letzten Video gezeigt, dass ich momentan 1,7 Bitcoins besitze. Wo sind also die ganzen Bitcoins hin? Ich habe natürlich schon welche verkauft, einerseits. Ich habe die schon auf andere, ja, Altcoin-Börsen unter anderem überwiesen. Ich habe damit schon Miner bezahlt und ein paar habe ich natürlich auch behalten. Deshalb habe ich noch 1,7. Wobei man sagen muss, ich trade ja auch mit Bitcoins. Das heißt, es geht immer so, dass ich kaufe und verkaufe. Mit jedem Verkauf habe ich natürlich auch einen Gewinn gemacht. Ja, die Miner, die ich mir mal gekauft habe. Ich habe mir davon aber nicht alle mit Bitcoins gekauft. Da habe ich ungefähr einen Gewinn bekommen, als ich sie wiederverkauft habe von 220 Euro. Soviel schon mal dazu. So ganz genau werden wir die Rechnung natürlich nicht machen können. Aber ich kann euch grob sagen, was so in meiner Bitcoin-Historie passiert ist. Also 5,5 BTC haben wir etwa 5.500 Euro. Da ich aber natürlich nicht alle für 1.000 Euro verkauft habe, ich habe dafür übrigens auch schon welche über 1.000 Euro verkauft, kann man eigentlich nicht von 5.500 Euro ausgehen. Ich sage euch aber, warum ich das jetzt mal trotzdem mache. Da ich ja damit getradet habe und immer entweder mehr Bitcoins oder mehr Euro im Endeffekt hatte, bin ich da immer mit dem Gewinn schon mal rausgegangen. Dadurch, dass ich meist sehr teuer verkauft habe, also viel teurer als ich eingekauft habe, dürfte sich das im Endeffekt wieder aufheben. Jetzt so ganz genau kann ich es wirklich nicht machen, aber dass ich hier 5.500 Gewinn gemacht habe, das kommt schon gut hin. Da ich jetzt noch 1,7 BTC auf meinem Bitcoin.de-Konto habe, kann man sagen, dass ich davon in Bitcoins direkt noch etwa 1.700 Euro habe. Der Rest ist auf meinem Bankkonto oder in Altcoins. Wo das genau ist, werde ich euch jetzt auch aufzählen. Gehen wir auf dogechain.info, ja das ist die Blockchain des Dogecoins und geben dort die Adresse ein, die übrigens auch in meiner Beschreibung steht. Dann sehen wir, ich habe hier noch 500.000 Dogecoins auf dieser Adresse. Ihr könntet jetzt natürlich auch sagen, die Adresse gehört hier gar nicht, die 500.000 Dogecoins sind nicht deins. Ja, natürlich könnte man das behaupten, aber ich wäre doch blöd, wenn ich in die Beschreibung auf eine Adresse poste, die mir gar nicht gehört und mögliche Spenden, die ich bekomme, dann jemand anderem gut geschrieben werden. Also das wäre sehr, sehr unlogisch. Ich habe hier schon über eine Million Dogecoins erhalten, das hat einen gewissen Grund. Ich habe nämlich 500.000 Dogecoins davon noch auf einer Börse rumliegen, die ich nicht direkt in meinem Dogecoin Wallet habe. Ja, soll man nicht machen, ich weiß, das sage ich auch immer. Aber einfach um dort schneller traden zu können, bin ich das Risiko eingegangen und habe gesagt, 500.000 davon bleiben auf der Börse. Umgerechnet dürften das etwa 200 Euro in Dogecoins sein. So, schauen wir uns noch einen anderen Altcoin an, wo ich sehr stark investiert bin. Das ist die Deutsche E-Mark. Das sind hier über 200.000 E-Marks. Hier könnt ihr auch sicher sein, dass das meins ist, weil das ein Wallet auf meinem Rechner ist. Ja, wäre ja komisch, wenn ich Zugriff auf einen Wallet von jemand anderem habe. Außerdem findet auch ihr diese Adresse in meiner Beschreibung. Von der aus habe ich euch übrigens auch schon Spenden gesendet. Das hier drauf, was drauf ist, könnt ihr die auch übrigens über die Deutsche E-Mark Blockchain, ja, euch auch öffentlich anschauen, wenn ihr das gerne möchtet, weil, wie viele gar nicht wissen, ist das gar nicht so anonym, wenn man die Adressen weiß. Und also, wenn man weiß, wer hinter den Adressen steckt, ist Bitcoin überhaupt gar nicht anonym, Dogecoin auch nicht und E-Mark auch nicht. Das sind im Übrigen etwa 600 Euro in E-Marks. Wie ihr sehen könnt, wirft das auch monatlich Zinsen ab hier in E-Marks, ja, sind nochmal so zwischen 600 und 700 E-Marks, die da jeden Monat oben drauf kommen. Insgesamt gerechnet, ich habe jetzt übrigens den Verkauf der Miner nicht mit zugezählt, weil ich denke, dass das das Ergebnis ein wenig verfälschen würde. Ich meine, einen Teil habe ich ja auch in Miner investiert, den habe ich direkt mit Bitcoins gekauft, den anderen mit Euro. Und ich denke, insgesamt gleicht sich das schon relativ gut aus. Kommen wir hier auf 6300 Euro, die ich damit bereits verdient habe. Kurz noch zum Abschluss möchte ich was zur Versteuerung dieser Gewinne sagen. Grundsätzlich darf ich groß dazu nichts sagen, weil ich kein Steuerberater bin, deshalb informiert euch bitte selbst. Aber es scheint wohl so zu sein, dass man, wenn man Bitcoins mindestens ein Jahr lang hält, dass diese wie Gold behandelt werden und alle Gewinne daraus steuerfrei sind. Da ich seit 2013 dabei bin, ist das überhaupt gar kein Problem. Wie sich das aber genau verhält, bitte fragt dazu euren Steuerberater. Dankeschön. Ja Leute, das war es soweit. Mit dem Video hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Wenn ihr das top findet, dass ich einfach mal zeige, was ich so verdient habe, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und sofern ihr noch nicht mein Abonnent seid, dürft ihr auch gerne auf Abonnieren drücken. Ja, ihr könnt mir auch einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr schon so mit Bitcoin verdient habt. Ob dieser Kanal der war, welcher euch dem Bitcoin überhaupt näher gebracht hat oder wie ihr mit Bitcoin angefangen habt. Das würde mich einfach mal interessieren. Haut doch auch einfach mal eure Einnahmen raus. Ja, dann weiß jeder mal Bescheid, was ist da so möglich. Auch wenn ihr kein YouTuber seid. Na ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann Leute. Ciao. Ciao.